Hey Leute, das hier ist das Video, wo ich euch mein Equipment zeige. Eigentlich habe ich dieses Video schon mal mit meiner alten Kamera aufgenommen, aber ich wollte euch das einfach nochmal aufnehmen, damit ihr ein bisschen bessere Qualität habt. Das ist mein Stativ, das ist das Lick F740, ein Audio-Interface von Alesis, das ist das IO2, ich weiß nicht, ob man es gerade hier sehen kann, und ein Großmembran-Mikrofon von MXL. Und dann habe ich hier noch ein zweites Stativ von NoName, ein bisschen kleiner als das andere, und deswegen benutze ich es eigentlich auch nicht mehr. Und natürlich mein Computer, den ich zum Schneiden und Verändern benutze, da unten. Und dann habe ich hier noch ein Laptop für unterwegs, da kann ich auch schneiden und verarbeiten. Und dann habe ich hier noch meine Kopfhörer, das sind die Audio-Wild von MXL. Und nicht zu vergessen, mein guter College-Blog, den benutze ich immer mal dafür, wenn ich schwierigere Texte habe, also Sachen, die ich mir jetzt nicht einfach merken kann, wie zum Beispiel bei dem Kreuzpunkt.net-Video. Das ist toll. 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 Ich weiß nicht, dass es sehr gibt. Das ist toll.